Ich will keinen Urlaub mit dir machen. Jonas! Also, ich habe kein Problem damit, dich im Bikini zu sehen. Aber unter diesen Umständen sollten wir auf keinen Fall zusammen Urlaub machen. Hey! Hallo! Ich dachte, du wärst der komische Typ von nebenan. Ja, das hör ich in letzter Zeit öfters. Willst du reinkommen? Ja. Ja. Also, kurz, ja. Ja. Wow, das ist also der Schleier zum Kleid. Was? Na, der Bräuteschleier. Macht sich natürlich auch gut zur Jogginghose. Du, ich wollte dir das noch schon geben, bevor sich hier später die Geschenke stapeln. Ich war ja noch in der Stadt und dann habe ich das im Schaufenster eines Reisebusos gesehen. Dann pack' aus. Wien? Wien. Danke. Danke. Es ist echt schön. Du, ähm, was ich dir noch sagen wollte, also... Ich finde, Hannes hat echt Glück mit dir. Danke. Also, ich muss ja sowas sagen, immerhin sind wir bald verschwägert. Ich schätze, wir werden uns jetzt öfter sehen. Ja. Ich geh da mal. Jonas? Kannst du mir irgendeinen Grund nennen, weshalb ich deinen Bruder lieber nicht heiraten sollte? Das kann ich nicht.